Die Liebe Gottes ist erschienen, allen Menschen arm oder reich. Gottes Sohn macht durch seine Armut uns zu Erben des Himmelreichs. Die Liebe Gottes ist erschienen, gibt den Sohn zum Opfer hin. Der muss sterben für unsere Sünden, das ist seines Kommens wahrer Sinn. Die Liebe Gottes ist erschienen, allen Menschen arm oder reich. Gottes Sohn macht durch seine Armut uns zu Erben des Himmelreichs. Die Liebe Gottes ist erschienen, gibt den Sohn zum Opfer hin. Der muss sterben für unsere Sünden, das ist seines Kommens wahrer Sinn. Das ist seines Kommens wahrer Sinn.